Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild und da vorne ist schon Moblin, wie wir sehen. Wir müssen mal ganz, ganz, ganz schnell den Yonobo, Yonobo hieß er, ne? Zur Rettung kommen. Da steht er, in seinem Schutz, in Darus Schirm. Waa, Hilfe! Ja, ja, ich komme noch zur Hilfe, kein Problem. Au, das tat, der Tritt tötet mich, wenn ich jetzt, wenn ich was esse. Ähm, hm, ich habe nur noch Sachen mit Ausdauer und so. Naja, egal. Moment. Ja, ich habe es, ich habe es, ich habe es. So, besiegt. Ja, du bist stark. Du hast mich gerettet. Ja, ja, ich tue das Beste, was ich kann. Schnell mitnehmen. Das Mob den Herz würde ich auf jeden Fall haben. Puh. Danke, dass du mich gerettet hast. Ohne deine Hilfe hätte ich alt ausgesehen. Ach, wo bleibt denn nur der Chef? Er kann heute nicht. Was? Er kann nicht? Warum das denn? Rückenschmerzen. Hat ihm die 10, die ich für ihn besorgt hatte, denn nichts gebracht? Tja, ohne den Chef kommen wir hier nicht weiter. Gehen wir erstmal zurück. Warte mal kurz. Du willst hierbleiben? Wozu denn? Ich will in den Titanen. Was? Du willst in den Titanen eindringen? Willst du nicht vorher fragen, ob der das auch will? Hältst du dich für den großen Darug? Das ist gefährlich. Wenn man ihn vorher schwächt, wäre es vielleicht möglich. Warum sollte man das wollen? Ich weiß ja nicht, worum es hier geht, aber du wirst schon deine Gründe haben. Es gibt da nur ein Problem. Der Chef hat die Brücke von Eldin hochgezogen, damit der Titan nicht zu uns kommt. Und zu Ruan hier zu gelangen, müssen wir also erst irgendwie die Brücke wieder runterlassen. Sonst verwendet der Chef immer die Kanone, um das zu tun. Solange der Chef nicht kommen kann, bekommen wir die Brücke also nicht runter. Ah, du hast doch die Kanone vom Chef schon einmal erfolgreich eingesetzt, oder? Ja, so könnte es klappen. Wir machen es so, wie der Chef es immer macht. Nur, dass ich die Kanonenkugel bin und du mich abfeuerst. Bist du sicher? Kein Problem. Ich habe ja von meinem Vorfahren Darugs Schirm geerbt. Egal, wie heftig ich irgendwo gegenketele, damit tut mir gar nichts weh. Mein Vorfahre Darug war ein ganz toller Krieger. Zumindest erzählt der Chef das immer. Und genau wie er kann ich Darugs Schirm einsetzen. Du brauchst dich einfach nur auf die Kanone zu stellen und damit auf die Brücke von Eldin zu schießen. Aber bitte schieße trotzdem zusammen, wie möglich. Ja, ich nehme das auch für YouTube auf Renotino. Ja. Deswegen immer schön Parts und so. Äh, die. Es war vielleicht ein bisschen blöd, die zu nutzen, aber es wird schon beim Film funktionieren. Äh, ich nehme, glaube ich, mal lieber was. Das hier. Ah, hat nicht funktioniert, aber ich muss das auch gar nicht entdrehen. Ich kann das einfach so. Bom, bom, bom. Tja. Yippie. Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann gelingt es auch. Oh, Darugs Schirm ist eine Wucht, oder? Gut, da vorne ist noch einmal mein Typ gefragt. Komm, wir überqueren die Brücke. Okay. Naja, komm mit. Ist doch schon nicht schlimm hier. Was steht denn hier eigentlich? Todesberg, Etappe 8, Brücke von Eldin. Brandgefahr extrem. Zutritt nur für Geronen. Ja, wir sind doch in Corona. Ach so, alles gut. Oh mein Gott, das war Rudania. Dieses Gestöhn im Hintergrund. War Rudania. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh sind gemeingefährlich. Wenn sie uns entdecken wird Rodania wild, dann lässt er den Todesbeck ausbrechen. Und ich... Ja, mich entdecken sie jedes Mal sofort. Ich hätte ein paar Mal schon um meinen Haarlava-Brocken abgekriegt. Der Chef steckt diese Brocken einfach weg und stampft weiter. Aber wenn du getroffen wirst, da ist das mit dir... Ich will nichts falsch machen. Also gib mir am besten einfach ein Zeichen, wann ich einhalten oder weitergehen soll. Einige wir uns auf ein Zeichen. Hast du irgendeine gute Idee? Pfeifen. Pfeifen? Ha, ich verstehe. Wenn ich dich also pfeifen höre, dann halte ich an oder laufe wieder los. Auch wenn ich mir dann ein wenig wie ein Pferd vorkomme. Gut, dann gib mir durch Pfeifen Zeichen, damit ich nicht von den Drohnen entdeckt werde. Ich verlasse mich auf dich. Yeah, eine Escort-Quest. Wir wissen noch, jeder Gamer liebt Escort-Quests. So, ich glaube, die müssen wir auch noch fotografieren. Na, die Propellers, die kann man nur hier fotografieren. Glaube ich. Das ist nämlich ein Foto, was du nur hier bekommen kannst. Hier ist aber richtig heiß. Diese ganzen Funken, der ganze Funken-Schlag hier. Die ganze Glut in der Luft. Man kann die auch einfach töten, glaube ich, mit antiken Pfeilen, aber naja. Komm mal mit. Müssen wir erstmal ansehen. Okay, jetzt komm mit. So, weiter geht's. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Ah, tot. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Also nicht so. Also nein, bitte nicht. Muss man das auf den Wächter schießen oder was? Ach nee, ich muss Barodania schwächen, genau. Alles dreht sich. Alles dreht sich, ja. Sehr gut. Weiter so, dann treiben wir Rodania in die Enge. Ja, komm mal mit. Okay, hier bleibt er stehen. Das heißt, bis hierher können wir. Das Problem ist, die beiden treffen sich da vorne. Lass mal ganz kurz die Lage checken hier. Aha, schau mal eine an. Okay, ich muss das mal ganz kurz hier abladen. So schlimm ist die Escort Quest auch gar nicht. Oh, schau mal. Oh, schau mal. Oh, schau mal. Oh, schau mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Das gibt halt zwei Möglichkeiten. Ich kann auch einfach die Brücke hier nutzen. Ich kann ihn töten oder ich nutze die Brücke hier, um das zu verdecken, die Sicht. Geht halt beides. Tada. Hier geblieben. So. Oh. Shit. Ich beschütze dich. Okay, ich muss es so machen. Ich brauche mal andere Pfeile, die bringen ja nichts. Die Elektro-Pfeile sind besser, glaube ich, hier. Hilfe! Ich habe auch Hilfe! Oh mein Gott, wie nervig der ist. So, gehen die Kanone, mein Freund. Komm rein. So, dann ändern wir nochmal hier. Dann kommt die Bombe. Nein! Nein, Bombe! Nein! Nicht weg! Nein, Bombe! Oh mein Gott. Nein, Bombe! Was tust du? Hier geblieben! Ja, genau, Bombe. Hier geblieben. So, jetzt aber. Ja, Lego City, ja. Das waren noch Zeiten. Ja, wir haben ihn nochmal getroffen. Dank Darung Schirm tut das überhaupt nicht weh. Mein Vorfahren muss ein toller Typ gewesen sein. Wenn wir ihn weiter so schwächen, gelangen wir bestimmt bald ins Innere. Wir haben es fast geschafft. Wir haben keine Zeit, wir haben es fast geschafft. Wie geht es? Wie geht es? Tja, hier ist einfach noch. Einrerer. Wie geht es? Wie geht es? Wird ein Barsch am Tag, dein Barsch am Tag zu sch SBS. Wie geht es? Man muss nicht weit weg SAS, um jetzt Namenskopf. So. Hmm. müssen wir einfach schnell dran vorbei weil der mit hat ja scheinbar keinen suchkreis warum auch immer doch hat er aber einen ganz kleinen ich glaube er ist nicht schnell genug dafür doch er ist doch schnell genug wunderbar ja 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 aha guck mal an was da ist da 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 Was ist das? Oh nein! So, komm in die Kanone, mein Freund. Rein mit dir. So, weiter geht's. Ich glaube, das war's, ne? Dreimal. Ja, klar doch. Ei, ei, ei. Er ist zurück in den Krater geflüchtet. Das ist deine Chance. Jetzt oder nie. Ich glaube, das war sogar der Titan, den er am wenigsten mochte von den Rätseln. Der fängt auch, der fängt auch dunkel an, ne? Glaube ich schon. Dieser Ort wird als Teleportziel auf der Karte eingezeichnet. Lange nicht gesehen, Bruder. Ich habe nie die Hoffnung verloren, dass du dich mal hier blicken lässt. Du bist sicher hier, um Rudania von Ganon zurückzuholen, oder? Dann musst du zuerst mal die Karte in die Finger kriegen, die den Aufbau des Titanen zeigt. Das ist der Leitstein, der die Karte enthält. So. Ich meine, hier unten ist es dunkel drin, ne? Tür geht zu, erstmal dunkel. Kann ich nicht mitnehmen. Habe ich keinen Platz für. Und es wird auch nicht ganz so einfach, da Platz zu machen für, weil wir haben so viele gute Sachen dabei. Wir nehmen einfach davon weg. Mein Problem ist, ich weiß nicht genau, wo das Licht ist. Ah, ich habe da noch den Stock jetzt bekommen. Den Stock müsste ich das eigentlich auch machen können. Ich habe auch das Waldschwert. Stimmt. Ah! Ah, da ist eine Fakte. Mit Haltbarkeit plus plus. Easy. So. Ich klicke gerade auf, wir das Waldschwert kurz wegschmeißen. Weil ne, warum nehmen wir nicht einfach das Waldschwert, das Fackel, aber ich muss halt die Fackel trotzdem noch lupen irgendwann. Ah, warte mal. Ah, warte mal. Okay. Ist nochmal ne Truhe. Zwei Stück sogar. Statt da müssen wir nicht hin. Da ist es. So. Jetzt wird das Licht. Jetzt wird das Licht geben. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Shika Stein erkannt. Karte wird aktualisiert. Gut. Du hast nun Zugriff auf die Steuerung des Titanen. Gut. Du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Sieh mal. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Varudania regeln. Um ihn zurück zu erobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Ich verlass mich auf dich, Bruder. So. Ich hab's geändert, Lady. Holzpfeile. Holzpfeile. Ja, die sind halt schön. Die will ich haben. Immer her damit. Holzpfeile nehme ich gerne mit. Nochmal Holzpfeile nehme ich auch gerne mit. Hier war ne Fackel drin. Wir holen die Affilpfeile mal raus. Aber es kann sein, dass ich die dann wieder wegschmeiße. Warum soll ich die Fackel nehmen, wenn ich das Waldschwert habe? So. Er hat natürlich Haltbarkeit, Haltbarkeit, Plus, Plus, ne? Also das ist eine richtig haltbare Fackel. Ist mir ja wurscht. So. Ein Ritterbogen. Ha. Ne. Brauchen wir nicht. Ah. Aber ich will es trotzdem plündern, damit alle Kisten hier raus sind. Moment. Ah. Oh. 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 Wird ja auch zu 100% dazu. Dann nehme ich einfach den jetzt mit, weil der ist frisch unbeschädigt. So. So. Ich glaube Brudania kann sich drehen. War das so? Dass er sich dreht? Bei der Karte? Ja, ich kann drei Dreh Einstellungen. Ah, zwei Einstellungen, genau. Es gibt noch zwei, genau. Einmal seitlich gedreht und einmal gerade. Deswegen mochte ich vielleicht den Schreien auch nicht so sehr. Man hat halt, ja. Gut, es ist aber schon, dass es, dass es da schon sehr viele Varianzen gibt. gibt an möglichkeiten was man da tut aber die geräte sind auch ganz schön kompliziert also ist nicht mega einfach oder so ich kann das doch einfach mit dem feuerfeil machen oder die sie auf türen wollte mich verarschen noch vier kontroll siegel weiter so bruder ja bruder das ist noch eine truhe da drin dieser schrein hier ist voll mit truhen dieser titan eisfeiler ok die nehme ich auch noch gerne mit kein problem dafür müssen wir uns auf jeden fall drehen den titan aber die kugel kriegen wir dadurch von draußen war das nicht so ich glaube schon wir müssen also gleich das erste mal drehen damit wir rauskommen machen wir das mal stellen es hier hin und drehen den titan das nicht mit a so muss jetzt wieder drehen aber ich will ich gerade ob ich die tun ich ganz kurz nach wurde oh mein gott ich hab verkackt ich habe richtig verkackt aber so richtig maximal verkackte ist verkackt ich noch mehr ok wenigstens das hat geklappt nein das vielleicht peinlich was warum rennt er da drüber das verstehe ich nicht leg doch einfach nur den fuß dahin das reicht doch wir können es auch so machen ich mache jetzt die einfache taktik ich wollte es cool machen aber ich mache jetzt einfach die einfache noch ein ritterbogen weil ich noch nicht genug bögen habe das tolle ist jetzt aber wir können jetzt hier komplett den weg bis da vorne hin und müssen dich noch mal drehen dann es ist ein ernst spielen jetzt so wirklich ernsthaft so war das jetzt wirklich ernst also krass also das war erst mal echt das war jetzt mal traurig es ist so cool dass dieser dass dieser titan hier durch diesen das ist so krass in diesem vulkan auch mit den anderen titanen die sich noch über die welt bewegen und alles richtig cool was hat wirklich auch so ein riesen titan unterwegs richtig gut gemacht wir brauchen die fackel oder das waldschwert halt glaube ich um licht hier hoch zu bringen ich höre doch irgendwo so ein auge da schade dass man nicht klettern kann auf die tarn so die truhe will ich noch haben wie man einfach in diesem vulkan hier sitzt das ist krass das sieht schon krass aus hier dieser vulkan krater und nee kommen wir nur noch wieder rüber wenn wir so machen da vorne ist noch eine truhe holen wir uns auch noch so langsam müssen wir aber auch alle truhen hier haben und das war der eingang ich habe immer auch irgendwo so ein auge irgendwo ist hier noch ein auge aber egal wir holen mal das licht ähm waldschwert dann drehen wir die titan ach rennen geht nicht okay ich dachte ich könnte rennen ich war einfach zu ungeduldig gerade warte mal wir können ja gar nicht klettern da oben wir müssen nicht klettern wir können es auch anders machen so geht es auch jetzt kommt hier die kugel oder was die kugel ist ja schon drin okay so so aber warum sollte man das ding hoch machen was soll damit die da durchkommt okay so stehe ich damit die da festhängt okay da kommt die kugel da kommt sie oh mein schwert brennt okay leid schon aktivieren der kontroll stein ich hatte ich ran bruder so dann wollen wir jetzt mal die einfachere machen das war die schwierige die wir gemacht haben also das schwierige der schwierige der andere ist hier hinter das ist nicht so schwer da brauchen wir nun so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich brauche irgendwas, um das Feuer zu blockieren. Aua. So nah wollte ich nicht ran, ist so gegeben. Oder Part ist auch schon lange vorbei, schon lange, 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 ah, da ist was. Okay, das machen wir noch. Den Kontrollstern machen wir noch, der Kontrollsegel. Genau, ein kleines bisschen bis zum Ende des Parts, der jetzt kommt. Und meine lieben Freunde, ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Part, sollte das der Fall sein. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wir sehen uns wieder im nächsten Part, bis dann. Haltet die Ohren sterben, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich, bis dann, tschüss.